Der Prolog von Ochrit vom 10. November Gedenken Die heiligen Apostel Olympas, Erastos, Quartos, Herodion, Sosipatros und Tertius gehörten zu den 70 Aposteln. Die letzten drei werden auch an anderer Stelle kommemoriert. Herodion am 8. April, Sosipatros am 28. April und Tertius am 30. Oktober. Die heiligen Olympas und Herodion waren Jünger des Apostels Petrus und als Petrus das Martyrium erlitt, erlitten sie es ebenfalls. Auf Befehl von Nero wurden sie enthauptet. Erastos war der Ökonom der Kirche zu Jerusalem und später wurde er Bischof von Panäas in Palästina. Quartos war Bischof von Beirut. Er erlitt viel, viele jedoch bekehrte er zum christlichen Glauben. Sosipatros war der zweite Bischof jener Stadt. Sie führten den geistlichen Kampf und empfingen als Sieger die himmlischen Grenze der Herrlichkeit. Der heilige Märtyrer Orestes stammte aus der Stadt Tiana in Kappadokien. Er war Christ von Geburt an und von Beruf Arzt. Er wurde unter der Herrschaft des Diokletian von einem gewissen bösen Stadthalter Maximus grausamen Torturen unterzogen. Als der Stadthalter ihm anfänglich riet, Christus zu verleugnen und den Götzen zu opfern, erwiderte Orestes, Wenn du die Macht des Gekreuzigten kennen würdest, so würdest du den Trug des Götzendienstes verwerfen und den wahren Gott anbeten. Dafür wurde er heftig geschlagen, zerkratzt, gedroschen und zerschnitten, mit glühenden Eisen verbrannt und schließlich in den Kerker geworfen, damit er dort verhungere. Der junge Orestes verbrachte sieben Tage ohne Brot oder Wasser. Am achten Tag wurde er erneut vor den Stadthalter gebracht, der ihm noch erschreckendere Martern androhte. Orestes antwortete, Ich bin bereit, jeden Schmerz zu erdulden, da ich das Zeichen meines Herrn Jesus Christus auf meinem Herzen eingeschrieben trage. Der Gouverneur verurteilte ihn und die Folterer trieben zwanzig Eisennägel in seine Füße und banden ihn an ein Pferd. Er wurde über Dornen und Steine geschleift, bis er seinen Geist aufgab. An der Stelle, wo sie den Leib des Märtyrers liegen ließen, erschien ein Mann hell wie die Sonne, sammelte Orestes Gebeine ein und trug sie auf einen Hügel in der Nähe der Stadt Tiana, wo er sie ehrenvoll bestattete. Dieser wunderbare Heilige erschien nach seinem Heimgang dem heiligen Dimitri von Rostov und zeigte ihm all die Wunden an seinem Körper. Der heilige Nonnos, Bischof von Heliopolis, war als großer Asket im tabenisiotischen Kloster in Ägypten bekannt. Aus diesem Grund wurde er im Jahr 448 zum Bischof der Diözese Edessa geweiht. Später wurde er in die Diözese Heliopolis versetzt und dort bekehrte er 30.000 Araber zum christlichen Glauben. Nach dem Tod vom Bischof Ibo kehrte der heilige Nonnos nach Edessa zurück, wo er bis zu seinem Entschlafen im Jahr 471 blieb. Durch seine Gebete wurde die berüchtigte Sünderin Pelagia, die später für ihr heiliges Leben verherrlicht wurde, zum christlichen Glauben bekehrt. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Orestes Die seltsamen Wege der Vorsäung Gottes treten in einem außergewöhnlichen und merkwürdigen Ereignis im Kloster d'Ochiariu zur Zeit des seligen Neophytus, des Neffen des heiligen Ephzymius, hervor. Als Neophytus nach dem Tod des Ephzymius eine neue, größere Kirche dem heiligen Nikolaus, dem Wundertäter, zu bauen begann, gingen ihm die Mittel aus und er betete zu Gott um Hilfe, und Gott half ihm auf seltsame Weise. In der Nähe des Klosters D'Ochiariu befand sich eine Halbinsel, genannt Longos. Auf dieser Halbinsel besaß Neophytus ein kleines Stück Klosterland, in dessen Nähe sich die steinerne Statue eines Mannes befand. Auf der Skulptur stand die Inschrift, wer mich auf den Kopf schlägt, wird viel Gold finden. Viele hatten schon auf den Kopf der Statue geschlagen, aber nichts gefunden. Neophytus schickte einen Novizen namens Vassilius wegen irgendeiner Angelegenheit los. Dieser Vassilius stand eines Tages vor der Statue und dachte über das Geheimnis dieser Inschrift nach. In diesem Augenblick trat die Sonne hervor und der Schatten der Statue fiel nach Westen. Vassilius nahm einen Stein und schlug den Kopf der Statue ein, dann begann er dort sofort zu graben und fand einen Metallkessel mit Gold. Sofort lief er los und berichtete es Abt Neophytus. Dieser schickte drei vertrauenswürdige Männer zusammen mit Vassilius im Boot des Klosters los, um das Geld zu holen. Die Mönche machten sich auf den Weg, luden das Gold in das Boot und begaben sich auf den Heimweg. Doch als sie über das Meer fuhren, flößte ihnen der Teufel den Gedanken ein, das Gold für sich zu behalten. Die drei älteren Mönche vom Teufel betört, banden Vassilius mit Seilen, hingen ihm einen Stein um den Hals und warfen ihn ins Meer. Als Vassilius in die Tiefen des Meeres sank, erschienen plötzlich die Erzengel Michael und Gabriel in Gestalt zweier strahlender Jünglinge vor ihm, hielten ihn fest und trugen ihn zur Kirche von Dachyariu, wo sie ihn vor den Königstüren der verschlossenen Kirche niederließen. Als am folgenden Tag die Mönche in die Kirche gingen, fanden sie Vassilius vor dem Altar liegen. Der Abt befragte ihn und erfuhr von dem wundersamen Geschehenes, das ihm widerfahren war. Dann kehrten die drei Mönche zurück und als sie Vassilius lebendig sahen, waren sie vom Donner gerührt. Der Abt bestrafte sie entsprechend, nahm das Gold und verendete die Kirche. Er widmete sie nicht dem heiligen Nikolaus, sondern den Erzengeln Michael und Gabriel. Das ist der Grund, weswegen die alte Kirche des Eftimius in Dachyariu dem heiligen Nikolaus, die neue aber den heiligen Erzengeln Michael und Gabriel geweiht ist. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie auf wundersame Weise der heilige Paulus von der Schlange gerettet wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 28 Wie Paulus sein Bündel reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte. Wie eine Viper herausfuhr und sich an seiner Hand festbiss. Wie er die Schlange abschüttelte und keinen Schaden erlitt. Homilie Über unseren einzigen Frieden und Versöhner Er ist unser Friede, der die beiden Teile vereinte. Epheser 2, Vers 14 Zwischen den Israeliten und den Heiden klafft ein Abgrund, den kein Sterblicher füllen oder überbrücken kann. Der Herr allein konnte dies tun und er vollbrachte es. Er brachte jene zusammen, die einander entfremdet waren und verbannt sie miteinander. Wodurch? Durch sein Blut. Durch sein Opfer ersetzte er alle anderen Opfer. Dadurch erlöste er alle Natur und ersetzte mit sich all das, was die Menschen im Opfer Gott dargebracht hatten, genauer gesagt den Göttern. Es gibt ein einziges Opfer, das sowohl für Israel als auch für die Heiden ausreicht, und das ist das Opfer Christi. Überdies unterschieden sich die Israeliten von den Heiden hinsichtlich der Darbringung des Bluts verschiedener Tiere, und zwar sowohl in Bezug auf die Orte, an denen sie geopfert wurden, als auch bezüglich der Gottheiten, denen man opferte, welcher Art Tiere geopfert wurden, und durch die Art und Weise ihrer Darbringung. Nun ist das Blut Christi vereint und macht die Israeliten und die Heiden zu Brüdern. Die einen wie die anderen werden Blutsbrüder. Ebenso wie alle gläubigen Blutsbrüder durch das Blut Christi sind, durch das wir vom Fluch befreit sind und gespeist werden. Er zerstörte den Grenzwall der Trennung, der spaltete und zerstückelte und verbannt die Herzen und Hände der Israeliten und der Heiden miteinander. Wodurch? Durch seinen Leib, das bedeutet durch die lebendige Wahrheit, die in ihm selbst fleischgewordene Wahrheit. Die Wahrheit wurde für die Israeliten durch den Schatten des Gesetzes und für die Heiden durch Mythen dargestellt. Er beseitigte sie beide und offenbarte die lebendige Wahrheit durch seinen Leib, und die Welt sieht es und ist voller Freude. O Herr Jesus Christus, unser höchst gesegneter Retter, vereinige die Herzen deiner Diener. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.